Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen auf meinem Kanal Kreativliebe! Wir wollen heute mal was anschauen, was ich euch versprochen hatte zu bestellen. Jetzt lag das hier schon eine ganze Weile, aber ich wollte es euch trotzdem gerne noch zeigen. Und zwar habe ich euch ja gefragt, wen es interessieren würde, wenn wir mal die Mystery Bag Stanzen von Kul Rieke anschauen. Und die habe ich natürlich bestellt. Ich verlinke sie euch unten in der Videobeschreibung, so wie alles andere, was ich heute benutze. Und wir wollen uns erst mal anschauen, was da drin ist. Also als erstes gibt es natürlich diesen coolen Jutebeutel, der wirklich sehr stabil ist, mit dem Aufdruck, ich tue nichts, ich will nur basteln. Was natürlich schon mega cool ist. Und ihr habt in dieser Mystery Bag mindestens zehn Stanzen, soweit ich das verstanden habe. Es können auch mehr sein. Und wir schauen jetzt einfach mal an, was da drin ist. Das kann bei mir jetzt natürlich ganz was anderes sein, wie bei euch drin ist, wenn ihr euch die bestellt. Ich habe noch nicht reingelinzt. Ich habe sie nur aus dem Karton genommen. Das heißt, ich musste jetzt hier echt zwei Wochen da sitzen und musste warten, bis ich mal wieder Zeit hatte und bis ich wieder gesund war. Von dem her werden wir das jetzt mal angehen. Und zwar hole ich jetzt einfach mal alles raus, was da drin ist. Schauen wir mal, hier ist noch eine einzelne Stanze und ich glaube, dann war es auch schon. Dann packe ich mal den Jutebeutel weg. So, wir starten wieder mit Papieren von Kulrike und Faltkarten. Da ist vorne drauf immer eine Werbung. Hinten drauf ist Designpapier, was man super weiterverwenden kann. Das finde ich äußerst gut an diesen Werbeblättchen von Kulrike. Und da sind eben auch schon Inspirationsideen drauf, immer was man mit den einzelnen Papieren machen kann. Hier zum Beispiel haben die das Designpapier, was sie hier vorne auch verwendet haben. Das ist von La Creative auch hergenommen für verschiedene Karten. Und da ist hinten drauf ein kleiner Auszug von diesen Designpapieren, die man bestellen kann. So, jetzt schauen wir uns an, was hier alles drin ist. Und es kleben auch Preise teilweise hinten drauf, sehe ich gerade. Vielleicht sollte ich noch sagen, was es gekostet hat. Also wir haben für diese Stanzen, ich glaube, dass es 1990 waren. Ich schaue noch mal nach. Ich schreibe es euch unten in die Videobeschreibung rein. Hier sind noch drei einzelne Stanzen und wir gucken uns jetzt erst mal an, was hier alles drin ist. Also hier haben wir verschiedene Designpapiere. Weiß ich nicht, ob die so im Shop erhältlich sind. Müsste ich mal nachhorchen. Aber das ist mit Wölkchen, Punkten und Sternen. Das ist natürlich auch super zu Weihnachten. Schauen wir mal, ob wir damit gleich was tun. Und dann haben wir unsere Stanzen. Also wir haben einmal Stanze, Wellen. Designbeispiele findet man wo? Auf der Produktrückseite. Ne, wo? Warte mal. Also das war jetzt quasi so ein Sonderposten. Hat mal gekostet. Wartet. 8,90 Euro. Ich packe es mal schnell aus, um zu lesen, was da draufsteht. Okay, also da findet man Designbeispiele mit dieser Wellenstanze. Hat mal gekostet. 9 Euro war halt jetzt quasi ein Restposten, den sie für 1,95 Euro eigentlich verkauft hätten und haben den jetzt in diese Mystery-Bag reingetan. Dann haben wir hier einmal, das ist natürlich mega cool, so Fähnchen mit verschiedenen Nummern. Kann man toll hernehmen für Adventskalender, kann man toll hernehmen für Bibi-Karten, kann man toll hernehmen für Geburtstagskarten. Kostet regulär 19,70 Euro. Zahlen-Banner-Set nennt sich das. Also im Grunde hat man damit schon das wieder drin. Dann haben wir hier, was jetzt gerade undefinierbar ist. Was ist das? Sind das Einhörner? Ja. Kulrike Stanzen Einhorn Mini. Kostet regulär eigentlich 4,90 Euro. Dann haben wir einmal Kulrike Stanze Hund. Passt natürlich perfekt zu mir mit zwei Hunden. Einmal 2,90 Euro regulär. Oh, dann haben wir herbstlich Stanzen Baum und Blatt. Die sehen ja cool aus. Wartet mal, die mache ich mal gerade auf. Ach, wie cool. Also das schaut natürlich schon edel aus. Kann man jetzt sowohl für herbstliche Karten machen, neben dieses Set, als auch für Winterkarten, als auch für Glückskarten. Also komplett individuell einsetzbar. Machen wir mal gleich wieder rein. Ich räume gleich nur wieder auf, weil sonst ist das Chaos gleich perfekt. So, dann haben wir einen Kaffeebecher, soweit ich das erkennen kann. Die hätte ich mal für früher gebraucht. Kaffee-to-go normalerweise 5,90 Euro. Dann haben wir einmal Kinder, die Seilspringen, spielende Kinder 4,90 Euro. Kann man super einsetzen für Geburtstagskarten für Kinder zum Beispiel. Dann haben wir einmal eine sehr große Stanze und da kann man das Love ausstanzen. Kostet normalerweise 9,90 Euro. Und dann haben wir noch drei einzelne Stanzeln. Einmal ein Pärchen, was hier einem Blumenstrauß der Mann, der Frau übergibt. Können man auch gut hergeben für Verlobungskärtchen. Dann einmal eine Sternschnuppe und hier sind so kleine Sternchen. Die kann man natürlich individuell einsetzen. Ich habe euch schon mal ein Video gemacht, was ihr alles mit so kleinen Stanzen machen könnt, gerade wenn es um die Gestaltung des Inneren einer Karte geht. Ich kann euch das Video gern nochmal verlinken hier oben. So, ich würde sagen, ich sortiere jetzt erstmal alles und schaue mal mit, was ich was machen möchte. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Ich werde vielleicht mal alles einmal ausstanzen, damit ihr es einfach mal ausgestanzt seht, was drin ist und werde euch einmal den Preis von den Produkten jetzt zusammenrechnen, wo er dabei stand. So, ich habe jetzt alle einmal ausgestanzen. Was ich euch gleich vorab sagen kann, ist, dass sie sich alle wunderbar gestanzen haben lassen. Ich nehme jetzt meine dunkle Unterlage, damit ihr einfach besser seht. Wir haben hier einmal das Sternenwirrwarr. Das ist ja hier dreimal. Die sehen so aus. Sind jetzt meiner Meinung nach nicht ganz als Sterne zu identifizieren, aber man könnte sie nochmal abtrennen, farblich zum Beispiel oder oder oder. Also mit denen lassen sich trotzdem sehr, sehr coole Sachen gestalten. Dann habe ich einmal meine, ähm, na, benennen sie den Namen. Weiß ich jetzt nicht, wie es heißt. Ist mir der Sternschnuppe entfallen fast. Die sieht einmal so aus ausgestanzt. Kann man natürlich tolle Weihnachtskarten machen mit. Also wunderbar für diese Jahreszeit. Dann kommen wir zu meinem persönlichen Favoriten eigentlich schon fast. Ähm, hier, ich habe nicht gedacht, dass es ausgestanzt so gut aussieht, aber man kann es toll erkennen. Also von dem her, wenn sich jemand gerade verlobt hat oder oder oder, dann kann das wunderbar hergenommen werden als Glückwunschkarte. Dann haben wir die spielenden Kinder. Ich habe schon wieder alles zurück in ihren Beutel, aber mir war das sonst zu heikel. Da ist das Seil jetzt sehr, sehr dünn. Wenn ihr habt, äh, ich zeige euch mal, was ich meine, was ich immer bei diesen dünnen Stanzteilen drauf packe. Das ist hier so eine doppelseitige Klebefolie. Die kann man auf die Rückseite des Papiers aufbringen und die klebt von beiden Seiten. Und dann stanzt man das einfach mit dem Ganzen aus. Auch die verlinke ich euch unten nochmal. Und dann ist sie nämlich wesentlich einfacher anzubringen, weil da müsst ihr hinten einfach nur die Schutzfolie abziehen und könnt es quasi auf eure Karte draufkleben. Funktioniert wunderbar. Auch die finde ich sehr, sehr niedlich. Dann haben wir die Wellen. Da muss ich sagen, war ich auch sehr, sehr skeptisch, weil ich mir dachte, was soll ich denn damit machen? Jetzt, wenn es so ausgestanzt vor einem liegt, kann man entweder, ganz einfach, also das zum Beispiel als Kartendekoration hernehmen, wenn man da jetzt noch ein Papier dahinter klebt und das quasi in die Karte rein klebt, kann das zuckersüß aussehen. Oder man nimmt die einzelnen ausgestanzten Gegenstände und man muss sich das jetzt mal in blau vorstellen. Kann damit dann super irgendwie so eine Meeresoptik oder ähnliches damit herstellen. So, dann haben wir, da war ich auch erst im ersten Mal so, hör, dieses Love ausgestanzt, sieht wahnsinnig cool aus. Also ist eben, ja, man muss was dahinter kleben, damit dieser Effekt so wirklich rauskommt. Aber es wird quasi nur ausgestanzt, die inneren Teile. Also das Love an sich bleibt bestehen. Wenn man das jetzt noch in Kombination mit diesen Pärchen hier nimmt, hat man im Grunde gleich eine coole Karte. Also da kann man echt gut variieren. Dann haben wir den Kaffeebecher, den habe ich jetzt auch mal ausgestanzt. Den kennen wir natürlich alle irgendwoher. Das müsste man halt in anderen Farben ausstanzen, passt aber genau hier oben drauf. Das heißt, man kann hier oben den Deckel anders farbig machen und dann nochmal hier unten diese, wo man es eben festhält, anders machen. Ich habe mir überlegt, ob ich vielleicht damit eine Karte mache, dass ich einfach ganz viele weiße Kaffeebecher ausstanze und ganz viele unterschiedliche bunte Deckel und dann damit eine Karte gestalte, zum Beispiel für eine Kaffeeinladung. Das muss ich mir aber noch kurz überdenken, ob ich da Lust zu habe. Was mir auch sehr, sehr gut gefällt, ist diese Stanze hier mit Baum und Blatt, nennt sich die. Da haben wir einmal unser Kleeblatt oder Glücksblatt, unseren Tannenbaum. Finde ich auch mal cool, dass der nicht immer so aussieht wie so ein richtiger, ja, aus dem Bilderbuch Tannenbaum, weil davon gibt es auch en masse. Und dann haben wir noch diese beiden Blätter und die schauen natürlich super cool aus. Auch da kann ich mir eine coole Karte vorstellen, indem man einfach alles in weiß lässt, auch den Kartenrohling. Ich zeige euch, was ich meine. Eine Sekunde, eine Sekunde, eine Sekunde, eine Sekunde. Wir lassen das quasi weiß, unseren Kartenaufleger auch in weiß und stanzen auch diese Teile hier in weiß aus, kleben die auf. Und davon halt eben ganz, ganz viele. Und dann haben wir wie so ein Embossing quasi oder mit einer Prägeschablone haben wir dann gearbeitet, sieht es aus. Und dann kann man natürlich tolle herbstliche Karten gestalten. Jetzt bewegen wir uns schon eher auf den Winter zu. Von dem her glaube ich, werde ich eher die andere Idee dann noch übernehmen mit den Kaffeebechern, weil die kann man wirklich immer gut einsetzen. Aber ihr werdet bestimmt das ein oder andere Stanzteil jetzt in den kommenden Videos sehen, weil ich möchte die natürlich auch weiterverwenden und jetzt nicht nur ausstanzen und dann wegwerfen. Das wäre mir zu schade drum. Wir haben die süßen kleinen Einhörner. Da ist natürlich wichtig, dass wir die noch ein bisschen ja ausstaffieren. Was heißt, dass wir denen noch Äuglein malen oder wie auch immer, kann man eine tolle Kinderkarte mitmachen. Wenn man hier einfach ein Auge hinmalt, vielleicht ein bisschen bunter das Ganze gestaltet und die laufen ja direkt aufeinander zu. Da kann man bestimmt eine tolle Geburtstagskarte machen, wenn man ihnen so eine Sprechblase sprechen lässt mit herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag oder ähnliches. Also da, ich finde, man muss das Ganze immer ausgestanzt sehen und dann bekommt man ganz schnell Ideen, was man denn machen kann. Dann haben wir noch die Hundestanze. Die ist natürlich für mich auch zuckersüß. Jeder, der meine Wilma kennt, ich habe sie schon mal in einem Video gezeigt. Vielleicht blende ich auch kurz ein Bild von ihr ein. Der weiß, dass meine Wilma fast genauso aussieht. Die ist nämlich auch so ein bisschen struppig und von dem her gefällt mir die Stanze sehr, sehr gut. Und dann haben wir meine persönliche One-and-Only-Favoriten-Stanze und zwar die Zahlen. Denn die sind wirklich für alles einsetzbar. Und die gefällt mir so gut. Die hat original ja mal 19,70 Euro gekostet. Also so viel, wie eigentlich diese ganze Mystery-Bag schon gekostet hat. Und dementsprechend finde ich, lohnt es sich allein schon wegen dieser Stanze, dass ich mir die Mystery-Bag geholt habe. Hier seht ihr alle Zahlen ausgestanzt. Man kann so kleinen Faden hier durch weben und kann zum Beispiel jetzt meine Mutter wird, ich weiß nicht, wie alt sie wird. Das ist jetzt peinlich. Nehmen wir mal. Naja, das wird wahrscheinlich zu jung sein. Nehmen wir einfach mal. Also da wird jetzt irgendwer wird jetzt 49. Und dementsprechend kann man da halt dann auch toll so eine Geburtstagskarte machen. Man kann zum Beispiel auch alle in weiß lassen. Also von 0 bis 1 quasi durch. Also 0, 1, 2, 3, 4. Und dann macht man eben weiter mit der 9. Dann die 5, 6, 7, 8. Und dann kann man nur diese beiden Fähnchen bunt ausstanzen. Zum Beispiel. Dann weiß man, okay, derjenige wird 49. So. Also ich finde, so Ideen kommen einfach von ganz alleine. Und ja, jetzt weiß ich nicht, was ich machen will, weil ich könnte mit jeder jeder Stanze, die hier liegt, könnte ich eine Karte gestalten. Das wäre jetzt nicht das Problem. Das sage ich euch ganz ehrlich. Aber ich glaube, ich möchte heute mal mit den Kaffeebechern arbeiten. Von dem her werde ich jetzt die Kaffeebecher mal ausstanzen. Und ich meine, dass ich das hier einfach in so einem Kraftpapierton ausstanzen werde und dann unterschiedliche Deckel und na, so Haltepapiere, also diese hier ausstanzen werde in unterschiedlichen Farben. Ich gucke mal. Noch ein kurzer Zwischentipp, bevor ich anfange, alles auszustanzen. Ich finde es immer sehr, sehr gut, wenn man zusammengehörige stanzen, wie jetzt zum Beispiel dieses Pärchen und das Lauf, habe ich jetzt in eine Packung gepackt. Dadurch, dass das Pärchen keine Packung hatte, ich aber finde, dass die beiden sehr harmonisch miteinander funktionieren, habe ich die jetzt in eine Packung gepackt. Was ich euch auch raten kann, so mache ich das zumindest bei neuen Stanzen, die lasse ich eh immer einmal durch. Also ich möchte ja schauen, wie sie stanzen, ob alles funktioniert und so weiter und so fort. Und dann habe ich mir das angeeignet, dass ich in jeden Beutel, ich bewahre sie ja normalerweise anders auf, mindestens einmal einen Stanzteil in weiß oder in irgendeiner Farbe, die ich halt gerade verfügbar habe, zum Beispiel vom Schmierzettel oder was, hier mit reingebe, dass ich einfach, wenn ich mal gucken möchte, wie sieht das aus, passt das zu meiner Karte. Ein bisschen Vorstellungsvermögen haben wir alle, dass wir sagen, okay, na, das sieht jetzt in der Kombination so aus, in der Kombination so aus. Genau, und dann kann man das aber trotzdem mal vorher testen. Deswegen habe ich jetzt die ganzen Ausstanzungen wieder dahin zurückgepackt, wo sie herkamen und habe eben das Ausgestanzte auch mit dazu gelegt, einfach, dass ich so eine kleine, ja, nice to know habe, dass ich weiß, wie es ausgestanzt aussieht. Ist auch wunderbar für zum Beispiel Schriftstanzen, dass man einfach das mal drauflegen kann und mal gucken kann, dann passt es da dazu. In welcher Farbe man es dann letztendlich ausstanzt, ist ja jedem selber überlassen, aber einfach mal zum Testen. Also das kann ich euch nur empfehlen, damit tut man sich um einiges leichter. So, also ich habe jetzt einmal alles ausgestanzt. Es soll jetzt bei mir heute doch in die weihnachtliche Richtung gehen. Und gerade jetzt war es wichtig, dass ich eben schon mal ausgestanzte Teile hatte. So konnte ich jetzt ein bisschen rumprobieren, was mir einfach gut gefällt. Also von dem her nutzt die Möglichkeit, wenn ihr sie habt, dass ihr eben eure ausgestanzten Teile wieder zurück in eure Packungen packt, wenn ihr die vorher einmal stanzt. Ich möchte jetzt kleine Weihnachtskaffeebecher machen und habe mir dafür jetzt einfach neunmal, ich weiß nicht, wie oft es draufpasst, laut Rechnung jetzt zwei, vier, sechs, achtmal, einheitlich zur Reserve und möchte da gerne die Kaffee-Deckel draufkleben und die Banderolen quasi dafür. Und dann möchte ich noch einen Spruch ausstanzen und den oben drüber kleben. So, wie ihr das anordnet, ist eigentlich reichlich egal. Ich klebe jetzt einmal nur die Deckel fest. Ich habe mich jetzt entschieden, schwarze und weiße Deckel zu machen, einfach weil es mir ganz gut gefallen hat. Ich habe jetzt nochmal schwarz ausgestanzt und das fand ich jetzt ehrlich gesagt sehr schön in Kombination mit weiß und mache das Ganze auch noch ein bisschen spannender. So, die kleben wir jetzt einfach hier drauf, schauen, dass es überall eben abschließt und kleben dann die Banderolen drauf. Dafür habe ich mich jetzt für ein, ja, weihnachtliches Papier entschieden. Einfach weil es eben Weihnachts-Kaffeebecher werden sollen. Und da schaue ich jetzt natürlich, dass die gerade sitzen. So, Kaffeebecher Nummer eins haben wir dann somit schon fertig, den wir hier drauf kleben können. Dann machen wir da jetzt einen weißen daneben. Also ihr seht, es ist relativ einfach, damit einfach coole Karten zu gestalten. Und da zum Beispiel jetzt eine Einladung für ein Weihnachtsessen oder, oder, also da habt ihr jetzt ja zig Möglichkeiten, was ihr da jetzt machen möchtet. Oder zum Punsch einladen oder wie auch immer zum Glühwein. Also da habt ihr jetzt genug Möglichkeiten oder ihr nehmt so wie ich einfach als normale Weihnachtskarte. Denn das hat ja auch durchaus seinen Charme. So, wir kleben jetzt hier noch den weißen einmal zusammen, fertig. Den Rest, glaube ich, der ergibt sich. Und ihr seht, es schaut einfach gleich anders aus, ob man jetzt schwarz oder weiß nimmt. Also das sieht einfach unterschiedlich aus, weil man jetzt das Weiß hier sehr, sehr schlecht auf dem weißen Untergrund erkennt. Da müssen wir uns vielleicht für eine andere Farbe an Hintergrund entscheiden. Entweder das oder wir matschen rum, dass es sich einfach ein bisschen mehr abhebt. So, den Rest klebe ich aber jetzt schon ohne euch. So, die kleinen süßen Kaffeebecher sind einmal fertig. Ich bin jetzt einfach mit so einem Pinselchen nochmal in meinen Versa-Feinklär reingegangen und habe jetzt hier die Kanten etwas nachgezogen, damit es einfach besser nochmal hochkommt. Könnt ihr aber machen, wie ihr lustig seid. Also ihr könnt auch den Hintergrund jetzt noch gestalten. Ihr könnt ihn noch embossen, was ihr eben möchtet. Vielleicht versuchen wir noch ein bisschen Glitzer und Glamour reinzubringen. Dafür hole ich aber kurz meine Aquarellfarben. So, ich habe jetzt hier einmal die Aquarellfarbe herangeholt, die ich möchte. Ich werde jetzt hier mit so einem Pine-Niedel, heißt das, arbeiten und mir fehlt Wasser. Ganz wichtig ist, erstmal die Farbe gut zu rühren, damit sich die Pigmente eben lösen. Manchmal hilft es auch, einfach das Ganze in einem externen Töpfchen nochmal anzurühren, damit da einfach gut die Farbkraft kommt. Und warum auch immer es jetzt nicht mag, dann muss er jetzt. Sprenkeln wir jetzt hier dieses Dunkelgrün einmal drauf. Und dann werde ich es im Nachgang nochmal mit meinem Föhn, Trockenföhnen, mit dem Heißluftföhn. Da habe ich das von Ranger, das Heat Tool, meine ich heißt das. Und ich möchte schon ordentlich rumsauen, nicht nur ein bisschen heute, sondern schon ordentlich. Und immer wenn das nicht funktioniert, gebe ich noch ein Tutelé-Wasser mit dazu, nicht viel. Ich habe Wasser in meinem Wassertankpinsel, habe aber auch nochmal extern Wasser stehen. So, und dann kommen da auch jetzt mal große Trüppeln runter. Und wenn ihr so ein Papier habt zu Hause, was schon fertig bekleckst ist, ob das jetzt Druck ist oder ob ihr es vielleicht schon vorgearbeitet habt, könnt ihr natürlich auch das nehmen. Oder eben irgendeinen Hintergrund, der euch gefällt. Also da seid ihr komplett frei in eurer Gestaltungsweise. Ich wollte jetzt das Tannengrün aufgreifen von dem Kaffeebecher. So, das reicht jetzt. Und das mache ich jetzt einmal ganz kurz trocken. So, und jetzt ist hier so ein richtig schöner, dunkelgrüner Ton. Das kann man leider in der Kamera immer ein bisschen schlecht erkennen. Und mit dem arbeiten wir jetzt einmal weiter. Jetzt holen wir uns unsere Kaffeebecherle wieder zurück und kleben die ganz wild drauf. Also es ist jetzt wurscht, in welche Reihenfolge. Es ist wurscht, was noch draufpasst, was ein bisschen rausklappt. Also da könnt ihr jetzt echt schalten und weiten, wie ihr möchtet. Ich lege es ihm jetzt einfach nur mal beliebig drauf, damit ihr seht, ihr könnt da euch wirklich austoben und könnt die aufkleben, wie ihr möchtet. Also da seid ihr komplett frei und die kleben wir jetzt einmal auf. Ja, ich habe das jetzt einmal alles aufgeklebt und ich weiß nicht, wie es ihr findet. Ich finde, es hat einen super schönen Charme und wirkt durch diese weihnachtlichen Papiere und Muster einfach wahnsinnig, ja, weihnachtlich. Von dem her, mir gefällt es ja sehr gut. Ich habe mir jetzt so einen kleinen Stempelspruch rausgesucht mit Frohe Weihnachten und den möchte ich gerne hier einfach mal drüber stempeln. Wenn das jetzt in die Hose geht, dann machen wir Plan B, den ich ja eigentlich vorhatte, nämlich nochmal auf weiß zu stempeln und auszuschneiden. Ich möchte es jetzt aber gerne mal so probieren. Von dem her werden wir das jetzt einfach mal draufstempeln. Woher der Stempel ist, weiß ich leider nicht. Ich meine, er war von Kurike, aber ich kann mich jetzt auch täuschen, weil ich ja da letztes Jahr schon eingekauft habe, wie wild, als ich auf der Kreativmesse war. Ich weiß es aber gerade nicht aus dem Kopf. Ich habe schon geschaut, ob einer von meinen Sprüchen, die ich von Kurike bekommen habe, ob da einer passt, aber das ist ja eher so in die, ja, als kleines Dankeschön oder sowas. geeignet. Von dem her ja jetzt weniger für den Weihnachtsanlass. Sonst hätte ich durchaus den genommen oder die genommen. Und wir probieren das jetzt einfach mal. Ich gehe damit gar nicht so viel Druck drauf, außer vielleicht etwas links und etwas rechts von dem Weihnachten. Weil wir da natürlich ein bisschen was auszugleichen haben. Ich stempele es jetzt nochmal, damit es einfach noch ein bisschen tiefer ins Schwarz reingeht. Perfekt und ich finde, das sieht total cool aus. Also ihr dürft mal gerne sagen, was ihr von der Karte haltet. Ich finde sie wirklich wunderschön und total gelungen. So, den Stempel machen wir gleich wieder sauber und räumen den auch gleich wieder weg. Eine Sekunde, dann habe ich es einfach gleich erledigt. Und ich bin nämlich letztes Mal mit meinem Schreibtischstuhl über einen Stempel drüber gefahren und der war dann Matsch. Seitdem passt gut auf eure Stempel auf. So, wir brauchen noch eine Karte, eine Grundkarte und da weiß ich jetzt noch gar nicht, was ich nehmen möchte. Ich habe an ein Tannengrün gedacht, wenn ich ehrlich bin. Das ist jetzt hier so ein Tannengrün mit Glitzer und das finde ich ganz cool. Das nehmen wir. So, da lotten. Da gehen wir einfach mit Flüssigkleber drauf und schauen, dass oben, unten, links und rechts ungefähr derselbe Abstand ist. Muss nicht haargenau sein, aber so ein bisschen Lid zumindest. Man hätte die Kaffeebecher jetzt auch noch mit Abstand aufkleben können, kam mir gerade. War gerade meine Idee, als ich das gesehen habe. So, und jetzt drehe ich es immer einfach um und streiche nochmal drüber. Einfach, damit sich der Kleber gut verteilt und man überall Kleber hat und es auch wirklich festwappelt. Und dann ist unsere Karte nämlich auch schon fertig. Na, also ihr seht, ihr könnt mit so ganz einfachen Stanzen, wie jetzt zum Beispiel dieser Kaffeestanze, wo man sich am Anfang vielleicht denkt, was soll ich denn damit jetzt machen, könnt ihr aber wahnsinnig coole Weihnachtskarten machen oder, ja, nicht nur Weihnachtskarten, auch unterschiedliche Karten. Also da habt ihr jetzt mal eine Inspiration. Vielleicht, wenn ihr euch die Mystery-Box bestellt oder Mystery-Tasche quasi bestellt, ist ja das Motiv auch dabei. Dann wisst ihr schon, was ihr damit machen müsst. Und auch so, wenn ihr irgendwie Fragen habt, ihr dürft mir jederzeit per Mail schreiben. Meine Mailadresse steht unten in der Videobeschreibung. Also, falls ihr sie euch bestellt und ihr habt keine Ahnung, was soll ich mit der Stanze anstellen, wie auch immer, dann könnt ihr mir gerne schreiben. Dann können wir auch zusammen nach Ideen suchen. Da bin ich natürlich jederzeit offen dafür und auch für euch da, damit ihr da nicht alleine gelassen werdet. So, dann haben wir uns heute mal diese Mystery-Bag-Stanzen von Kourike angeschaut. Ich finde, es sind sehr, sehr schöne Stanzen drin. Man hat eigentlich mit einem Stanzenpaket gleich wieder den Preis drin. Und allein die Fähnchen, der Kaffeebecher und sowas, das alleine, das lohnt sich schon. Und falls einem jetzt doch ein, zwei Stanzen vielleicht nicht so gefallen sollte, ja, dann gibt es immer noch diverse Verkaufsplattformen, wo man sagen kann, okay, die verkauft man jetzt und kauft sich davon halt wieder irgendwas anderes. Zum Beispiel. So, ihr dürft gerne mal schreiben, wie ihr die Karte findet. Ich finde, sie ist zuckersüß geworden. Wenn ihr anderer Meinung seid, dürft ihr das natürlich auch schreiben. Und den Link zu der Mystery-Stanzen-Dings-Bag, genau, findet ihr unten in der Videobeschreibung. Ich glaube, 19,90 kostet es. Ich habe jetzt in der Zwischenzeit leider nicht mehr geschaut. Aber ich schreibe es euch nochmal mit dazu. Und ja, so einfach schöne Weihnachtskarten. Also, wir sehen uns ganz bald wieder. Ja, ich denke auch wieder mit einem Kurike-Video. Und jetzt geht dann eh der Adventskalender los. Und wir öffnen ja zusammen den Kurike-Adventskalender jeden Tag. Das wird so ablaufen, dass es entweder manchmal ein Video gibt, so wie dieses jetzt hier, wo wir die Stanze oder den Stempel oder was auch immer eben zusammen auspacken und damit dann eine Karte gestalten. Es kommen auch so Shorts oder Reels, wie man sie nennt, da wo ich nur das Türchen auspacke, vielleicht dann eine Karte alleine bastle und euch die im Nachgang zeige, vielleicht auch manchmal nur das Türchen auspacke. Also, das kommt immer ganz drauf an, wie so der zeitliche Plan ist. Ich versuche das wieder Tag für Tag wirklich mit euch zu machen, ohne vorzuarbeiten. Und genau, ja, da würde ich mich sehr freuen, wenn ihr da auch mit dabei seid. So, dann war es es aber jetzt wirklich für heute. Also, schönen Tag euch. Ciao!